Willkommen zu Blackout, dem Battle Royale von C.O.D. Die Zwillinge sind in der Haus. Calvara, Aka, Kessflö, Tarnung. Ich muss mal gucken, ob ich den umändern kann. Aber Battle Royale wird geschnitten, wenn sie ein bisschen langweilig wird zwischendurch. What the f**k? Ah, das hat sich abhinein auf die Fresse bekommen, sagt, schwarzer Milchschirm. Blackout, let's go. Nein, Blackout, haha. Joel, get in Skype, no, I don't want to. Boah, die wirkt uns ein bisschen weiter. Und geben uns die Baustelle. Gehen wir mal in die zweite Etage Baustelle versieren. Let's go. Weil da brauche ich ja keine Markierung, sieh mal. Der deutsche Best-of-the-Blackout-Spieler hat ja ein paar Tipps gegeben. Der hat gesagt, heim geht, mein Schatz. Ich gehe so heim, dass ich das Haus jetzt mal verfehlt habe. Oh mein Gott, ein LMD. Ne, gar nicht. Die Hardcore-Gewolver-Sniper. Bischof, ich bin da. Dein Herz! Ich bin gerade auf dem Dach gelangt. Tommy, deine Courts. Rütt. Das ist der erste Sieg, ich nicht. So ein Blick in die Siege. Wenn einer von uns stirbt. Baustelle ist kacke zu landen, zu zweit, glaube ich. Alleine kann man hier, glaube ich, hin, aber zu zweit ist kacke. Ich kriege ihn. Das ist kacke. Das ist kacke. So ein Problem ist, dass ich jetzt zu zweit ist. Oh mein. Beste Tod EU West Wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht eine gute Länge Haut rein Ciao Haltet den Tod meine